Leute, jetzt hab ich irgendwie keine Motivation mehr, Motivation. Ich weiß halt auch noch nicht, wie lange wir aufnehmen. Wir haben extra hier den Wecker, an dem wir liegen haben. Junge, ne halbe Stunde, 40 Minuten, länger noch nicht. Da ist schon kein Bock mehr. Ich will halt echt nur die Kohle, ey. So, und das ist auch das, was die von Pete Smith denken. Ich weiß, was... Ich find immer, wenn ich den Zuguck und Harley ist dabei, weil Harley, find ich, merkt man mal richtig gut, wie das für ihn einfach nur so ein Job ist. Also ein Job, den er geil findet, aber er motiviert sich, glaub ich, richtig oft einfach nur dadurch, so von wegen, Junge, du kriegst halt nicht einfach geil viel Geld und so. Bin mir richtig sicher, ey. Können wir den mal jetzt überspringen? Ich find's ja schon geil, wie er immer so sagt, er ist in seinem Büro. Weil er in seinem Büro hier arbeitet. Und was ist in seinem Büro drin, sein PC zu zocken? Das war jetzt ein richtiges Lächeln. Yo, ich geb auf, kein Bock mehr, Alter. Warum ist so ein Arsch, Mann? Weißt du, was ich von dem Raum halte? Ich sag ja, den schaffen wir alle nicht. Er ist einfach, der ist einfach wirklich zu schwer. Er ist einfach zu krass dafür, dass es wirklich einfach keinen Checkpoint gibt. Ich find ihn echt ein bisschen zu schwer. Und wenn ich das schon sage, soll das was frischen, Alter. Junge, der erste Sprung schon wieder ist doch richtig schwanger, ey. Ja, jetzt kommt der Vierer, drei Raum, einen erhöht und diagonal, drei Raum, Dingenskirchen. Lecko mio, ey. Oh, lol. Soll ich jetzt mal aufnehmen? Ja, starte jetzt mal. Ey, Junge, den Raum würde ich auch so aufgeben, ey. Boah, Junge, was ist das denn? Jo, was sind denn das für... Hast du mal ganz... Hat er gekippt, oder was, als er die Scheiße hier hat? Das kann auch keine Sau schaffen, Mann. Du musst halt möglichst weit durchspringen, ne? Dann schaffst du ja nicht ganz gut, aber... Ja, aber du musst ja eh an der Ecke dann wieder wenden. Und wenn du dann einmal runterfällst... Das ist... Wer für den Arsch? Oh, ist das nervig, Junge. Junge, das ist... Nee. Aber das geht nur die ganze Zeit. Kann ich einfach in den Monitor reinficken, ey, dann ist das einmal wahr. Alter. Also, wenn man kühn ist, macht man die alle einzeln, Alter, aber... Ey, Junge, ich komm ja nicht mal hart drauf, Alter. Du bist doch so ein haargekrümmtes Arschloch, ey. Junge, ich schaff nicht mal den Vierer. So ein schlechter Raum einfach, du, ey, wirklich. Das hat so ein gar nichts mit Skills zu tun, ey, wirklich. Nee, gar nichts mehr. Aber nur schwere Sprünge. Das ist eine blöde Sa... Ja, ganz ehrlich, das hat auch nichts irgendwie mit Parkour-Map-Map-Map-Map-Map-Map-Map-Map. Das hat auch nichts mit Parkour-Map-Map-Map-Map-Map-Map-Map-Map. Wenn du, wenn du dran scheitern, hat er, hat es nichts damit mit Skills zu tun. Nee, ist auch wirklich so, Alter. Alter, Junge, ich hab schon so viele Parkour-Map-Map-Map-Map-Map-Map-Map-Map-Map-Map-Map-Map-Map-Map-Map-Map-Map-Map-Map-Map-Map-Map-Map-Map-Map-Map-Map-Map-Map-Map-Map-Map-Map-Map-Map-Map-Map-Map-Map-Map-Map-Map-Map-Map-Map-Map-Map-Map-Map-Map-Map-Map-Map-Map-Map-Map-Map-Map-Map-Map-Map-Map-Map-Map-Map-Map-Map-Map-Map-M Übersprung ist einfach so Unreal Tournament, ne? Geht aber nichts. Dreier Diagonal, ne? Live! Der ist so richtig happig, ne? Hey, Junge, ich komm nicht mal jetzt mehr da drauf. Fiste doch meine Mutter tot, Junge. Ja, ist ja schon. Gruß an deine Mutter! So. Oh Mann. Oh Mann. Willst du mal bitte deinem Alkoholiker-Vater sagen, dass er das Bum-Bum im Hintergrund bitte ausmachen soll? Und das neue Lied von Bruno Marx. Ja, schön für ihn. Das ist voll geil, das ist richtig funky, das Lied. Das hab ich auch schon. Hab ich schon vor ihm gefunden. Währenddessen zischt er wieder irgendwie so ein Beam oder so. oder sowas. Scheiß Arki. Oh, ich hab... Ja, und die Familie... Oh Junge, man. Du musst so perfekt springen für diesen Dreier Diagonal, ne? Ich krieg schon richtig Augen-Aids von diesen ganzen Kachel-Optiken, Mann. Am allerfeinsten. Ich seh die Klötze gar nicht mehr. Augen-Aids. Du kriegst voll die Spackung hin. Ich schaff nicht mal die ersten vier Sprünge. Wie soll ich denn dann noch diese anderen 20 hier schaffen? Ja, vor allem eigentlich bringt es dir gar nichts, was du in die Gelenreihe machen kannst. Wenn du den Sprung nicht verstanden hast und nicht richtig hinkriegst, dann schaffst du die ganzen Challenge. Wenn du so ein Brustiger und denkst 50 Mal konzentrieren, fährst du eh runter, Alter. Lol. Jetzt sehen wir Alessandro weit. Ich schlag dich nicht, Mann. Oh Junge! Liam vielleicht. Oh Liam, hör doch mal auf, Mann. Der Junge, er hat mich auch runtergeschlagen. Ich halte ihn davon ab. Los, Alessandro. Der kann ich so schlecht machen, Alter. Jetzt, jetzt hab ich ihn. Jetzt, 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 jetzt. Oh nein. Warum sollen wir ja nicht den ganzen Raum katapeltieren? Weil er noch von dir auch noch einen Schlag bekommen hat, vorhin. Alessandro hätte ich einfach nicht schlagen sollen. Jetzt sind wir quitt, aber tut mir leid. Das ist ja Pech gehabt. Jetzt lasst mich gleich in Ruhe spielen, also. Oh Junge, lass uns mal. Ich würde sagen, wir machen hier ohne Schlagen, weil man hier die ganze Zeit erreichbar ist noch vor lange. und weil die Sprüge einfach über das Ganze... Jetzt wieder die Pussy rausholen, ne? Ey, ich gebe dir noch ein bisschen raus. Wenn bloß nicht mehr geschlagen wird. Wir können ja, wir können die, das hier Let's Try nennen, nicht Let's Play, weil wir die ganze Verräume da ausprobieren. Ja, wey, mach erst. Du bist doch behindert, wie scheiße, du dummes Stück. Ja, los, nächster. Du ihn. Warte, ich muss erst ausjustieren. Oh fuck. Junge, danach kommt der gleich nochmal da oben, ey. Ey, Junge, komm. Ich hab doch nichts gemacht. Der Raum ist geil, ey. Das ist ein Nazi-Raum, man. Oh, das hat doch, ich seh nichts. Junge, du hast... Okay. Ey, da ist mein Server, ich höre... Okay. Seit wann höre ich denn auf Liams Regeln? Sag mal raus. Okay. Ich bin der erste Server, Mann. Meine Regeln. Okay, ich habe es... Registriert. ...verstanden. Und werde es... ...doppelt und dreifach wieder zurückgeben. Oha, war hier natürlich jetzt richtig Angst. Ja, Ohan. Oh, Junge, ey. So schwierig. Alter, das gibt es doch nicht. Fuck. Schaffe ich den da schon nicht mehr drauf? Och. Was denn? Ja, nein, das gibt es nicht. Ey, warum muss der denn so eine behinderte... ...Emmereide in den Raum bauen, ey? Das ist doch so behindert, der Junge. Der Tundensonde in Schweiße erschötert, ey. Schau, warte, wie so die... ...so eine Blöcke, ey. Wie so die nicht einfach... ...ganz normal, was ich... ...was einem nicht so tief in den Sack gibt, ...dass fünf Minuten, ey. Das ist nicht so, Mann. Das ist mit den Augen rum... ...rum... ...schmerz. Das ist echt so. Vor allem, man sieht einfach gar nicht richtig die Ecken. Ja, ist so. Das ist einfach... ...das ist einfach... ...schwierig, weil die wahren... Man schaut, dass der hier einfach überall weiße Wolle... ...wieso macht der hier nicht einfach überall Wolle hin... ...schweiße Wolle hin und meinetwegen schwarze Wolle... ...für die da, wo man draufhört, ne? Ja. Das ist ja richtig angenehm, einfach. Eine Hand am Socken! Nein, das ging anders, ne? Eine Hand am Sack! Eine Hand am Socken! Seema, bleib ruhig liegen! Das war nur das Locken! Alter, jetzt komm ich gar nicht mehr voran, Mann. Oh, Junge, dieser scheiß... ...Ultra-Piss-Sprung, wo ist alles drin? Siehst du, das soll ich gleich nochmal machen, wenn man kommt, ...dann kommt der auf meine Höhe, wahrscheinlich... ...Helten-Kopf-Sprung, dann locker nochmal, ey. Na, los, alles noch, mach. Wo ist, André Andro? Ja, GGWP, easy, low-gamer, learn-to-play, Boah, der ist so schwer, Mann. Ja, GG, no-ree. Boah. Entweder du gehst da jetzt selbst runter. Ja. Oh, Junge, dieser Raum ist so... Also, entweder du packst deine Sachen und gehst, ...ja? Oder? Oder du packst deine Sachen und fährst. Alter! Ja, Alter! Ja, Alter! Vielen Dank.